Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen Der Gleichstellungsauftrag unserer Fachstelle beinhaltet auch die Gleichstellung von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer körperlichen Geschlechtsmerkmale und oder der Art und Weise, wie sie ihr Geschlecht ausdrücken, von der Mehrheit unserer Gesellschaft abweichen. Heute gibt es noch keine Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen. Viele LGBTIQ-Menschen sind regelmäßig mit negativen Reaktionen konfrontiert, wie zum Beispiel Eine andere Form der Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen ist, dass sie und ihre Familienformen auf offiziellen Bildern, in Texten oder auf Formularen oft nicht vorkommen. Als Mitglied des Rainbow Cities-Netzwerk hat sich die Stadt Bern dazu verpflichtet, Diskriminierung gegenüber queeren Menschen auf lokaler Ebene zu bekämpfen. In diesem Video finden Sie ein Glossar zu wichtigen LGBTIQ-Begriffen und Informationen zu Beratungen, Treffpunkten für LGBTIQ-Menschen. Glossar – Was bedeutet LGBTIQ? Lesbische Frauen sind Frauen, die sich in Frauen verlieben und Frauen begehren. Schwule Männer sind Männer, die sich in Männer verlieben und Männer begehren. Bisexuelle sind Menschen, die sich in Frauen und in Männer verlieben können und sowohl Frauen als auch Männer begehren. Pansexuelle Menschen verlieben sich in einen Menschen unabhängig von dessen Geschlecht und Geschlechtsidentität. Asexuelle, aromantische Menschen haben kein Bedürfnis nach Sexualität oder einer romantischen Beziehung mit anderen Menschen. Sie bevorzugen die rein freundschaftliche Verbundenheit mit einem Gegenüber. Transmenschen fühlen sich nicht oder nicht nur demjenigen Geschlecht zugehörig, dem sie aufgrund ihrer körperlichen Merkmale bei der Geburt zugewiesen wurden. Transmädchen und Transfrauen sind Mädchen bzw. Frauen, die mit einem männlichen Körper geboren worden sind. Transjungen und Transmänner sind Jungen bzw. Männer, die mit einem weiblichen Körper geboren worden sind. Es gibt auch nicht-binäre Transmenschen, die sich gar nicht oder nur teilweise mit dem männlichen oder weiblichen Geschlecht identifizieren. Intergeschlechtlichkeit ist ein Begriff für Menschen, die mit Variationen der Geschlechtsentwicklung geboren werden. Der Körper von intergeschlechtlichen Menschen entspricht aufgrund ihrer genetischen, hormonellen und oder anatomischen Konstitution nicht den medizinischen Normen von weiblich oder männlich. Queer wird als Sammelbegriff für alle Personen verwendet, die nicht der heterosexuellen zweigeschlechtlichen Norm entsprechen. Im Link unter diesem Video geht es zu den Videos des Aktionsmonats »Like Everyone«, in welchen sich verschiedene LGBTIQ-Personen vorstellen. Die Videos sind untertitelt. Sichtbarkeit von queeren Menschen durch geschlechterinklusive Sprache Es ist wichtig, LGBTIQ-Menschen und ihre Lebensformen in der Sprache und auf Bildern sichtbar zu machen. Im Sprachleitfaden »Kommunikation und Geschlecht – Worauf muss ich achten?« finden Sie Tipps mit Anregungen für geschlechterinklusive Schreibweisen und Empfehlungen für Anreden, Formulare, Stellenausschreibungen und stereotypenfreie Illustrationen. Der Sprachleitfaden ist als Link unter diesem Video verfügbar. Bei Fragen zum Thema »Kommunikation und Geschlecht« berät Sie die Fachstelle gern. Sie erreichen die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box »Zuständige Stelle« neben oder unter diesen Videos. Beratung und Treffpunkte für LGBTIQ-Menschen Vielen LGBTIQ-Menschen ist es ein Bedürfnis, sich von einer kompetenten Fachperson beraten zu lassen und sich mit anderen queeren Menschen auszutauschen und zu vernetzen. Unter dem Video finden Sie einen Link auf eine Übersicht mit Beratungsangeboten und Treffpunkten für queere Menschen aus Bern und ihre Familien. Unter diesem Video finden Sie ebenfalls einen Link zu »Queer Swiss Deaf« für alle gehörlose oder schwerhörige LGBTIQ+. Die Fachstelle berät Sie gerne, wenn Sie unsicher sind, welches Beratungsangebot oder welcher Treffpunkt für Sie geeignet sein könnte. Sie erreichen die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box »Zuständige Stelle« neben oder unter diesen Videos. Publikationen Unsere Fachstelle hat verschiedene Materialien publiziert, um die Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen zu fördern. Zum Beispiel eine Broschüre mit Literaturempfehlungen oder eine Broschüre mit Fragen und Antworten zu Rechtsfragen. Einen Link zu allen Publikationen finden Sie unter diesem Video. ich habe es vor, dass Sie nicht dort um Gasный selbst verletzt werden können. Studieren wir Ihnen jetzt Cleveland, wie gesagt, SPF nach Walterpuhr nicht. 2014